Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. Nach Twins mit Nick Cannon, Abby De La Rosa ist schwanger. Abby De La Rosa ist überglücklich. Die DJen bekam im Juni 2021 Zwillinge von Mariah Careys, 53, Ex-Partner Nick Cannon, 41, ein paar sind die beiden aber nicht. Der Komiker bekommt aber bald weiteren Nachwuchs, momentan erwartet der Comedian ein weiteres Baby von dem Model Bretisi. Es ist das achte Kind des Schauspielers. Nun verkündete auch Abby tolle Baby-News, sie ist wieder schwanger. Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto, auf dem sie vor zahlreichen Ballons posiert, unter anderem vor dem Ballons Schriftzug, der das Wort Baby formt. Ich bin schwanger. Noch mal Zwillinge, schrieb die Brünette zu dem Foto. Wer der Vater ist und ob der Nachwuchs vielleicht sogar wieder von Nick ist, verriet sie noch nicht, kündigte aber an, weitere Details auf ihrem Onlyfans-Account zu verkünden. Fans freuten sich mit der schwangeren Abby, allerdings wurden auch einige kritische Stimmen in der Kommentarspalte des Beitrags laut. Ist Nick etwa der Vater? Meine Güte oder wie viele Kinder will er denn noch bekommen, schrieben beispielsweise einige User. Hey guys, this is Gansham, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video, thank you. We'll see you next time.